Diese Woche gibt es eine neue Sexy-Komödie auf DVD. Der Film »Kein Sex unter dieser Nummer« beschäftigt sich mit dem Tabuthema Telefonsex. Lauren und Katie kennen sich schon seit dem College und könnten unterschiedlicher nicht sein. Lauren lebt gemeinsam mit ihrem Freund und führt ein ruhiges und konservatives Leben. Katie hingegen ist eine abenteuerlustige junge Frau, die nebenbei als Sextelefonistin arbeitet. Als Lauren's Freund jedoch nach Italien verreist und sie ihren Job verliert, schlägt ihr ihr bester Freund Jessie vor, mit Katie zusammenzuziehen. Da gibt es nur ein Problem. Die beiden können sich nicht ausstehen. Als Lauren's Suche nach einem Job nicht ganz nach Plan verläuft, beschließt sie, Katie zu helfen und gemeinsam gründen sie eine Telefonsex-Hotline. Hi. Hi. Lexington Press hat frühestens in drei Monaten was frei. Okay. Das heißt also, ich helfe dir. Ich kriege ein Drittel ab und ich werde nicht telefonieren. Das sind meine Bedingungen. Ich will nicht, dass du telefonierst. Dir würde doch nichts einfallen. Kannst du eine Website erstellen? Na klar kann ich das. Aber du brauchst keine Website. Du brauchst eine Telefonnummer und ein Telefon für deinen Festnetzanschluss. Oh mein Gott, du hast ein Geschenk für mich. Dankeschön. Und es ist pink. Okay. Ich habe mir ein paar Gedanken über das Konzept meiner Hotline gemacht. Und ganz wichtig ist, es soll klassisch sein. Nichts Verrücktes oder so. Verrückt ist schon mein pinkes Telefon. Die Männer holen sich zu deiner Stimme einen runter. Also vergiss dein Konzept. Wie lautet deine Nummer? Okay, du Sklaventreiberin. Was hältst du von 1,900? Analtotal. Nein? 1,900 Fingerfick? 1,900 Arschfick? Nein, nein, nein. Tamponrutscher. Irgendwas mit Fick wäre gut. 1,900 Muschifick. Oh mein Gott, das riecht aber lecker. Das finde ich gut. 1,900 Muschifick? Nein, nein. 1,900? Mhm. Einfach 1,900 MMM HMMM. Ja. Oh, das klingt klasse. So heißt das jetzt. Ja. Ich liebe es. Ich liebe es wie verrückt. Hallo hier da draußen. Falls einer Lust hat, dann wählt einfach 1,900 MMM HMMM. Wuhu. Wir sind Partner. 1,900 MMMM. Ja, genau. Erstmal wird bezahlt. Abkassieren! Misty, hier ist Dan aus Connecticut. Cheryl, hier ist Eddie aus East Lansing. Rachel, hier ist nochmal Schlechheim dran. Schlucken, ich mach nichts lieber als das. Das Geschäft boomt und die beiden verdienen richtig viel Geld. Lauren und Katie vergessen schon bald ihre Meinungsverschiedenheiten und sehen ein, dass sie viel voneinander lernen können. Ehe sie sich's versehen, sind sie beste Freundinnen und können gar nicht mehr ohne einander. Ich suche ständig meinen Schlüssel in der Tasche. Aber wozu gibt's denn dieses kleine Fach mit Reißverschluss? Oh mein Gott, das ist Blackstone Press. Ich geh da nicht ran. Die blöde Kuh kann mich mal. Doch, ja. Ich hab eine Idee. Na los. Hallo. Hier spricht Lauren Powell. Du siehst umwerfend in dem Kleid aus. Meine Güte. Schade, dass ich bei dem Gespräch nicht dabei sein kann. Ich soll sagen, dass sie sich ihren Job sonst wohin stecken können? Ist das wirklich eine gute Idee? Ja, du hast nichts zu verlieren. Du willst da sowieso nicht anfangen. Geh hin und erzähl, wie geil du Telefonsex findest und dann komm schnell wieder, damit wir unseren Werbespot feiern können. Eins möchte ich dir aber noch sagen. Hast du schon wieder masturbiert? Du musst mir das nicht immer erzählen. Nein, nein, nein. Es ist was anderes. Ich liebe dich. Gegen Ende wird ihre Freundschaft nochmals auf eine harte Probe gestellt. Denn Lauren wird ihr Traumjob angeboten. Wird sie diesen wohl annehmen und dadurch Katie und die Telefonsex-Hotline im Stich lassen? Lauren Miller, die außerdem das Drehbuch geschrieben hat, und Ari Grainer geben als Lauren und Katie ein unschlagbares Team ab. Justin Long, bekannt aus, er steht einfach nicht auf dich, spielt den schwulen Freund Jesse in der Nebenrolle. Heute gibt es in Neu im Kino noch einen Wettbewerb. Ihr könnt eine Kein Sex unter dieser Nummer DVD gewinnen. Dazu müsst ihr nur auf startdv.ch slash Facebook gehen, euch den Beitrag ansehen und den Satz am Ende finden. Schickt ihn und eure Adresse an neuimkino at startdv.ch und mit ein wenig Glück seid ihr die Gewinner. Kein Sex unter dieser Nummer ist eine Komödie für Frauen von Frauen und mit Frauen. Wem Brautalarm gefallen hat, wird auch an diesem Film viel Spaß haben. Also kauft euch die DVD, schnappt euch eure beste Freundin und macht es euch gemütlich.